Gruppe A Playoffs Thank you next One day I'll walk down the aisle Holding hands with my mama We'll be thinking about Dad Cause we grew from that drama Only wanna do it once real bad Gonna make that stuff last God forbid something happens At least the song is a smash I got Yeah, there you go Don't you worry about Dad 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 I'm a fruity I'm a fruity I'm a fruity I'm a fruity Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und wir beginnen mit C-Shirt. 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 Herzlichen Glückwunsch, bis weiter. Tut mir leid, Octopus, heute. Tutti-Fruity. Echt super. Also perfekt, wirklich. Aber leider hat sie jetzt hier halt nicht gereicht. Trotzdem, wir danken dir. Tolle drei Performances. Ich sage jetzt, viel Spaß. Und setz bitte deine Maske ab. Und setz bitte deine Maske ab. Es ist The White Howard. Amen. Ist leider so. Aber trotzdem sehr cool. Ich bin einfach sehr überrascht. Als ich dann versucht, erst mit Michael O'Gatton. Das kam damals von C-Shirt echt gut übernommen. Aber dieses Mal? Wieder Tutti-Fruity. Ey. Ich finde dieses Lied so cool. Du bist einfach gut. Und dann auch noch Sambathic watching the show. Es war sehr spannend. Congratulations. In your show 2. Und letztes Mal war es show 1. Ich bin schon verletzt. Wir wollen noch nicht lange drüber reden. Wir wollen ab. Ich will auf jeden Fall. Ich will das ja auch noch mal hören. Wieder. Wieder. Sing. Und deswegen hören wir jetzt einfach nochmal. Tutti-Fruity. Das ist krass. Ich habe eine Frau. Ich habe eine Frau. Ich weiß nur was zu tun. Ich habe eine Frau. Ich weiß nur was zu tun. Ich weiß nur was zu tun. Ich habe eine Frau. Ich bin crazy. Sie knows how to love me. Yes, you need. Boy, you don't know what to do to me. Tutti-Fruity. Oh, true. Tutti-Fruity. Oh, true. Tutti-Fruity. Oh, true. Tutti-Fruity. Oh, true. Oh, true. Bam bam boodam. Bam 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 boodam. Wow. Wow. Meine Güte. sehr gut super tutti flutti ich wollte es noch mal hören so und jetzt kommen wir bedanken ihr und verabschieden uns von dir ich möchte ihm doch sagen nächstes mal freuen wir uns auf die Top-Gruppe und vielleicht wird ja auch mal wieder eine Frau entfüllt das wäre ja auch mal schön ich weiß nicht, ich kann jetzt sagen vielen Dank und das war es heute auch schon wieder Mietzi dankt euch fürs Zuschauen und Zuhören und dann danken wir Ciao Bis bald Das war's